So, wir sind damit auf Sendung. Ja, man sagt ja auch, man soll öfter mal Tabletten nehmen zum Wasser. Hallöchen! Schönen guten Tag, willkommen. Ihr Nüsschen da draußen. Ihr Cashews. Ich glaube, du bist gerade in der falschen Sendung. Wie bitte? Das kann ich mir nicht vorstellen. Herzlich willkommen, sagen Klaus und Dirk. Seine neue Ausgabe für Nisse. Folge 21, Jump Street. Ja, das sieht schon attraktiv aus. Auf der Waveform, Dirk. Du hast mir neulich darüber gesprochen, oder du hast mir erzählt, wie hoch die Lebenserwartung inzwischen. Wundervoller visueller Gag. Wie hoch die Lebenserwartung inzwischen in Deutschland geworden ist? 80 Jahre. 80 Jahre. Das ist echt eine ganze Weile. Wir sind direkt hinter Japan. Ja. Und das ist ja durchschnittswert. Wie alt wird man in Japan? Ich würde mal tippen 107 im Durchschnitt. Ich weiß es nicht. Was fängt man da mit sich an? Da habe ich gestern noch mal drüber nachgedacht. Als ich neulich in der Bahn gefahren bin, da waren halt gleich drei ältere Herrschaften auf einer relativ kurzen Strecke, die sich schön in die Windeln gepinkelt haben. mit einem sehr markanten Duft. Aber die guten Windeln lassen ja eigentlich keinen Duft durch. Ja, ich glaube, das kommt auf die Flüssigkeitsmenge an, wenn du den ganzen Tag mit der Bahn unterwegs bist. Diese Sendung wird gesponsert von Tena Lady. Jetzt auch als Tena Lady for Men. Ja, ist es so schön, dann noch so in Würde vor sich hin zu siechen die nächsten, die letzten 30 Jahre vielleicht? Naja, dann gehst du ja davon aus, dass das Altern bei jedem gleich ervollzogen wird. Naja, also irgendwann hast du ja den Zenit überschritten. Wenn du es schaffst, ja. Ja, eben. Es gibt ja auch diese bizarre Annahme, dass es irgendwie in einer chronologischen Reihenfolge geht, im Biologischen, dass man bei Beerdigung sagt, beziehungsweise das klassische Ding ist ja, dass danach bei Beerdigung alle immer die Oma angucken und denken, oh Gott, die Arme, sie ist die Nächste. Und dem ist ja nicht wirklich so, weil es gibt ja keine Reihenfolge, aber das ist irgendwie noch in so einem Köpfen verankert. Gibt es dir überhaupt eine Frage? Ja, es gibt eine Frage. Das ist quasi meine Einleitung zur Frage. Nimm erst mal einen Schluck aus deiner Flasche. Ich nehme erst mal einen Schluck aus deiner Flasche. Ja, achten, jetzt trink doch. Ich hätte auch meinen Tonic Water herholen können. Richtig schönes, kühles Tonic Water. Hast du nicht Ginger Beer geholt oder sowas? Ne, wollte ich letztes Mal holen. Ich hatte von der gleichen Firma Tonic Water mit ordentlich, ordentlich Chinien. Das ist gut gegen Malaria und in der Malaria-Vorbeugung. Das ist gut, ja. Aber je älter man wird, desto mehr sieht man ja. Was? Vom Leben, von der Zeit. Also ich dachte, graue Star betrifft eher die Leute im hohen Alter und nicht mit 14. Obwohl, das gibt es wahrscheinlich auch. Nicht von der Optik her. Hast du, mehr Zeit sieht man ja vergehen. Und dann fragt man sich ja schon manchmal, wie geht das alles zu Ende? Und deswegen ist meine Frage heute, was ist das Ende des Universums? Was ist das Ende des Universums? Ich habe ein paar Sachen mitgebracht, ein paar der Theorien. Ja. Wir können die auch von 1 bis 5 Sternen bewerten. Ich glaube, wir haben schon mal ein paar Rankings probiert, die dann nie stattfanden. Oder wir wollten irgendwelche Rubriken einbauen, die nie stattfanden und, und, und. Ja. Naja. Aber das heißt, das Ende des Universums, das ist ja auch schon eine Theorie, weil dann gehst du ja davon aus, dass es eins gibt. Richtig. Ja. Und das, also, das ist ja auch wieder für manche schwer zu greifen, da... Es liegt ja noch ein bisschen in weiter Ferne, also vielleicht so 10, 15 Jahre. Wenn man davon ausgeht, dass es eins gibt, ja. Na, also, wohl relativ belegt ist der Big Freeze. Also der Kältetod des Universums. Die Energie geht aus. Oh. Wir sind alle, wir sind im Universum mit Ressourcen, die irgendwann ausgehen, auch das Licht und die Wärme, die dann ist die Fusion der Sterne aufgebraucht. Und dann nähert sich das ganze Universum dem absoluten Nullpunkt, minus 273,05 Grad, glaube ich. Die Freeze-Theory oder was? Genau, die Big Freeze, der Kältetod des Universums. Die gerade vorherrschend ist. Sagt man. Genau. Also die Frage ist, endet das Universum noch vorher? Ich dachte, die Frage ist, endet es überhaupt? Nein, also Big Freeze, Big Freeze ist relativ gut gebackt von der Wissenschaft. Aktuell? Ja. Ja, aber das ist ja, finde ich, auch ein großer Diskussionspunkt, dass man nur auf einer Basis eine Theorie dann halt weiterführend ist und gar nicht generell die Theorie in sich mehr infrage stellt. Weiß ich nicht. Du bist also der Ansicht, das Universum geht endlos weiter? Nein, aber ich denke, beziehungsweise, was heißt, da habe ich keine richtige Meinung zu, weil ich mich da nicht so groß mit beschäftigt habe. Also bis jetzt, ich finde, es ist bloß wichtig, dass man Theorien auch als solche begreift. Also ich meine, die sind natürlich notwendig, um dann halt ins Detail zu gehen, um dann wissenschaftlich halt irgendwie im Kleinen irgendwelche Veränderungen, Entwicklungen und sonst was zu greifen. Aber wenn man sich da überhaupt mit beschäftigt, dann sollte man ja vielleicht auch die Theorie als solches auch annehmen und nicht sagen, Freunde, wir reden jetzt nicht über den Fakten. Also ich kann mal erklären, wie der Big Freeze funktioniert. Bitte. Also, man stelle sich vor, die Energie in dem Universum ist Urin oder der energieerzeugende Körper im Universum ist Urin und wir befinden uns im Kinderpool. Und der Urin wird gleichmäßig im Kinderpool verteilt. Und das ist die Phase, in der sich das Universum gerade befindet. Also die Energieerzeuger werden gleichmäßig verteilt und geben die Energie ab. Also Malte, Sören und Basti. Genau. Sitzen da, strullern in dem Pool, haben ausgestrullert, werden rausgerufen und jetzt verteilt sich der Urin langsam im Pool. Wie kommt es dazu, dass es sich gleichmäßig verteilt? Das ist ein Prinzip der Thermodynamik-Entropie. Wie kommt es dazu, dass sich Urin gleichmäßig verteilt? Das ist ein Prinzip der Thermodynamik-Entropie. Willst du darauf eingehen? Ja, in einem geschlossenen System, ohne Energie zuzuführen, verteilt sich alles gleichmäßig. Fasziniert. Das kann man auch, also da gibt es verschiedene Methoden, das in so einem Versuch festzustellen. Irgendwann hat sich der Urin gleichmäßig verteilt und dann gibt es keinen Raum mehr, an dem Energie abgegeben werden kann. Das ist ja halt nicht endlos, der Pool. Genau. Und der Hitzetod des Universums wäre ähnlich. Aber ich darf erst mal bei einem, das würde eh alles zu komplex sein. Ja genau, wir sind ja beim Hitzetod. Du bist doch gerade bei einem Big Freezer, nicht? Ja, das ist der Hitzetod. Kältetod. Der Quartal. Kältetod. Ich habe eben noch Luft reingelassen in den Raum. Nein, das ist ein bisschen verwirrend, weil es im Englischen ist. Heat Death. Genau, und dann irgendwann ist die Menge erreicht. Überall ist die Energie gleichmäßig im Universum verteilt. Es gibt nichts mehr, was Energie abgeben kann, an irgendwas anderes. Und dann kühlt das ganze Universum auf 0 Kelvin, also den absoluten Nullpunkt, da, wo sich Moleküle nicht mehr bewegen können. Und so, so klingt es langsam aus. Findest du, das ist eine sympathische Theorie, um das Universum zu beenden? Ich würde mal in den Raum stehen, dass es überhaupt gar keine sympathische Theorie gibt, um das Universum zu beenden. Die ist so, ich mag die ganz gerne, weil die hat so ein bisschen, das Universum schläft so friedlich ein. Aber kommt da nicht automatisch der Gedanke auf, einfrieren, haltbar machen. Das ist ja dann halt, als wenn du dann halt den großen Superfrost da auf 5 stellst und weißt, das Universum, was wir jetzt einfrieren, das können wir in 150 Milliarden Jahren nochmal ein bisschen warm machen und dann geht es wieder weiter. Ja, aber dann bist du eventuell an dem Punkt, jetzt liegt es schon da so 150 Jahre rum, eingefroren, hole ich doch lieber frische Erbsen. Frage, gibt es dann an manchen Rändern einzelner Systeme, Sonnensysteme? Frostbrand. Genau, Gefrierbrand. Es kann ja nicht noch kälter werden als absolut Null. Okay, das heißt, es ist eigentlich ein einziger Gefrierbrand. Richtig. Das heißt, es würde dann verderben, trotz dass es gefroren ist. Das ist wahrscheinlich das schlimmste Gefrierbrand, den man sich vorstellen kann. Oh mein Gott, vielleicht hat Toppers bis dahin irgendwas entwickelt, dass wir eine große Folie drüber ziehen können. Um das Universum. Ja, dass es dann frisch bleibt, dennoch, also dass man nicht diese bekannte 80er Toppers Werbung hat, dass die Hausfrau den Kühlschrank oder den Tiefkühler aufmacht und sieht dann halt Ware, die sie halt auftauen möchte, aber alles Gefrierbrand. Und so quasi könnte man als Sinnbild halt das Universum zeigen, wie es da so leicht gebrannt mag im Tiefkühler liegt und sie denkt, oh Gott. Und dann kommt ein Doktor von Toppers rein, Doktor Toppers vielleicht und sagt, das hätten wir verhindern können. Toppers morgens halb zehn in Deutschland, das Froststückchen. Halb zehn im Universum. Was dann schwierig festzustellen wird, wenn es keine Sterne mehr gibt. Es ist wie die Seefahrt, es wird dann echt komplex. Ja, dann hängen wir da alle fest. Ja, also gesagt, ich mag es ganz gerne, es hat so was Sinn, es klingt so langsam aus über die letzten paar hundert Millionen Jahre. Es wird immer dunkler, als man einen Dimmer eingebaut hat. Also auch ein bisschen energiesparend. Ja, das Universum rückt, vielleicht drückt man dann auch dichter zusammen, vielleicht gibt es noch so einen jungen Stern und ein bisschen Wärme ab. Wie alt ist die denn? Und die ganzen, die Theorie, das steht hier nicht, ich habe mehrere Seiten. Ich meine, da weiß ich, solche Theorien ja halt auch. Also das sind alles aktuelle Theorien. Im Vergleich zu dem, um was es geht oder beziehungsweise in der Wissenschaft an sich ja sehr schnell verändern. Also, ich meine, angekratzt wurde es bei uns in der Oberstufe, glaube ich, irgendwann mal und da war das nicht Thema. Da ging es noch um die, ich glaube, da war das vorherrschende, das expandierende Universum, was sich denn irgendwann zerreißt. Genau, da kommen wir auch noch auf Big Rip und Big Crunch. Genau, es gab dann halt, ich glaube, da die beiden, genau, dieses komplette Auseinander und dieses komplette Ineinander schrumpfen, wo ich dann aber auch gedacht habe. Die würden dann vor dem Hitzetod eintreten. Also der Kältetod, der Kältetod ist quasi so die optimistische Variante, dass wir ja den Rest überstehen. Aber ich meine, bei dem, wo sich alles zusammenzieht, muss dann im Kern nicht ein schwarzes Loch sein. Beziehungsweise würden die schwarzen Löcher das Zusammenziehen nicht schon etwas schwierig machen, weil die ja an sich eine bizarr hohe Energie haben, die halt alles schluckt. Und dann kann halt dieses Schrumpfen mit schwarzen Löchern doch gar nicht, siehst du, da hält es bei mir, da ist das Hundehirn schon gerade wieder voll auf Toast. Nein, es ist ja auch schwierig, sich vorzustellen, dass es etwas vor dem Universum gab, weil es halt keine Zeitlichkeit gab ohne Licht. Da haben wir so eine Mischung aus wahrscheinlich das Super Mario Land und ein bisschen von diesen komischen gruseligen Knetfiguren, die du auf uns schaust. Ach, du meinst, don't hug me, I'm scared. Genau. Irgendwie sowas, wo dann halt keine Ahnung, so ein Auge ausläuft. Aber in einer endlosen Zeitschleife. Das klingt schon wieder wie so ein Fiebertraum. Ja. Kommt mir mein Eiweißschicht gleich hoch. Ja, naja, aber wir können ja jetzt mal auf die weniger schönen Tode des Universums wissen. Du musst das schon ein bisschen verallgemeinern. Du redest wiederum, als ob wir beide das so sehen würden, sondern nur du siehst das ja als schön, diesen kälte Tod. Naja, ich meine, pass auf, wir können ja mal vergleichen am Ende, was der Schönste ist. Also der Big Crunch, oder vielleicht fangen wir mal mit dem Big Rip an, weil der Big Crunch baut so ein bisschen auf den Big Rip auf. Und das hat was damit zu tun, es gibt eine Konstante, die Hubble-Konstante. Und die Frage ist, wenn die 1 ist, dann kommt die Expansion des Universums irgendwann zu einem Stopp. Weil die Masse und die Expansion sich ausgleichen und die Masse hält dann die Expansion in Grenzen. Also das heißt, die Masse hat in dem Sinne halt auch irgendwie so eine Energie, die sagt, von wegen Expansion ja, aber nur bis zu müssen gerade, bis ich halt... Anziehungskraft quasi. Okay. Also wenn die Anziehungskraft des Universums und die Expansion sich ausgleichen... Also genug Masse hält irgendwann die Expansion auf. Genau. Okay. Als ob wir zwei auf beiden Seiten eines Gummibandes ziehen, dann ziehen wir halt irgendwann gleichmäßig und dann halten wir uns in so einer Konstante. Also wenn aber die Expansion stärker zieht als die Masse des Universums, dann kommt es zu dem Big Rip, der das Universum einfach auseinanderreißt. Die Frage ist immer, reißt wohin? Also ich meine, ist dann die Theorie weiterführend wie so ein Star Wars Unfall mit einem irgendwie was abgeschossen wird, was dann in sich verpufft und im Nichts auflöst? Es würde uns also auf molekularer Ebene, in so Gaswolken... Also ein bisschen kleiner wären wir dann. Ja, ein bisschen weniger. Ich meine, da gibt es ja halt auch die Reise immer ins Kleinste und Kleinste, dass es halt auch da irgendwo so eine Art Unendlichkeit gibt, wenn man den Lesch folgen möchte. Ja, ist das Dr. Lesch? Oder der Professor Lesch? Ja. Oder heißt er Lesch Kosmos? Ja. Also der ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn man sich mal kurz mal so vollpumpen möchte mit nicht zu komplexen Theorien. Also der ist halt natürlich auch als Professor halt irgendwie bewandert und gibt gerne Vorträge und da kann es sich halt auch zuscheißen. Aber da bin ich meist mal zehn Minuten, müsste ich dann immer auf Repeat stellen, weil da gibt es so eine Brücke, wo ich denke, warte, warte! So und naja, aber wahrscheinlich müssen wir uns dann studieren, um dann halt ein bisschen schneller zu folgen. Ja, egal, ich wollte nicht unterbrechen. Also ich meine, wie gesagt, im Groben ist die Theorie, es gibt ja eine Kraft, die uns alle zusammenhält, die Schwerkraft und die Anziehungskraft zwischen den Molekülen und dann ist die Expansion so stark, dass es uns alle in so einer riesen Gaswolke auseinanderreißt. Aber die Schwerkraft hält uns ja nicht zusammen, sondern hält uns am Boden. Nein, aber die Anziehungskraft zwischen den Molekülen, also das, was die Erde zusammenhält als Körper. Ich meine, es sind ja immer, das ist ja auch das Bizarre, was man anfangs gedacht hat, es wäre so eine Kraft für eine Sache. Das sind ja immer viele verschiedene Kräfte, die auf dasselbe wirken. Also auf uns wirkt ja nicht nur die Gewichtskraft ein, sondern halt auch der Druck und bla bla. Und das Ganze ist ja dann das Ergebnis, was wir jetzt gerade so kriegen mit haben. Also auf stellarer Ebene spielt halt vor allem die Schwerkraft, die Masse von Objekten eine Rolle. Die halt, also so wie sich auch Planeten gebildet haben, indem halt irgendwelche Objekte mit Masse, mehr Objekte mit Masse angezogen haben. Immer mehr Masse. Und die wird dann irgendwann zweitrangig im Vergleich zur Expansionskraft. In dem Moment, kurz und zwischendurch, haben Dicke mehr Freunde dann letztendlich? Wenn du mit Freunden Kuchen meinst, ja. Beziehungsweise, ich will nicht Dicke sagen, sondern ich sage Massivere. Massivere Leute. Also sowas wie The Rock kann ja auch massiv sein. Wenn du sie in den Weltall schickst, ins Weltall schickst, ja. Okay. Aber wahrscheinlich unmerklich. Also ich meine, wenn ich jetzt The Rock Dwayne Johnson als Größe nehme, dann sind wahrscheinlich das, was er anzieht, unmerklich für ihn, unmerklich groß. Aber je größer sein Entourage im Weltraum wird. Schöne Gruße an Mark Wahlberg. Und an Turtle. Ah, er stimmt jetzt abgenommen. Je größer die Entourage im Weltraum wird, desto größer wird dann auch wieder die Entourage, weil die Strahlkraft immer größer wird. Das heißt, größere Stars haben dann immer mehr Anhänger im Weltraum. Ja. Das ist ja wie Geld. Das ist wie der YouTube-Algorithmus. Oder der Bitcoin-Kurs. Ja, der ist super. Deswegen können wir alle nur hoffen, dass der Big Rip schneller als langsamer kommt. Naja. Aber das Schöne ist, wir sind alle dichter zusammen auch. Also wir sind nicht nur auseinandergerissen, sondern auch dichter zusammen, weil wir alle nur noch so eine riesen Nebelwolke sind. So ein bisschen gleichmäßig übers Universum verteilt. Stephen King. Ja, also ohne Grenzen zwischen Mann und Frau, zwischen Schwarz und Weiß. Wir sind alle dieselbe Moleküle, leicht auseinander verteilte Wolke. Also hat vielleicht auch was Beruhigendes. Keine Diskussion mehr über Geschlechterkampf. Also eine schöne Infografik. Naja, auf jeden Fall. Also aufbauend auf dem Big Rip ist dann der Big Crunch. Mensch, genau das Gegenteil davon. Da gewinnt nämlich die Masse des Universums. Stoppt die Expansion. Und dann falten wir uns alle wieder zusammen. Wieso ein großes schwarzes Loch? Ja. Das war zum Beispiel so, glaube ich, Ende der 90er, das Vorherrschen in den Schulen. Ja. Das wurde halt da hauptsächlich thematisiert. Ich habe letztens irgendwo, aber das ist auch nur so ein Ansatz gestriffen, das ist natürlich quasi das andere, also die andere Seite, dass die Big Bang Theory gerade eine eventuelle Ablöse bekommt als Haupt- oder als erste, erstmögliche Theorie der Entstehung des Universums. Und fragt mich jetzt aber nicht, welche da die aktuelle ist. Also für den Big Crunch wäre das auf jeden Fall schade, weil Big Crunch ist nicht nur ein Supername für Müsli. Glaubst du es noch nicht? Big Crunch gibt es ja bestimmt. Stimmt. Oder sowas mit Honig. Das wäre ein Crunchy. Honig geröstetes. Also die Crunchy Nuts. Ja, so Honig geröstet, gesalzene Erdnüsse, sowas. Der Big Crunch. Naja, aber das wäre dann genau eben der Big Bang im Rückwärtsgang. Also auch da kommen wir uns alle näher. Das sind alle am Ende nur noch so ein Punkt. Nice. Ja, das wäre... Du merkst, du hast da so eine richtig gute Laune-Frage in den Raum gestellt. Ja, das ist doch... Das ist so eine richtige Party-Stimmung gerade hier. Ich versuche, ihn die ganze Zeit zu drosseln, aber innerlich ist richtig ja, Marc. Ja, das ist doch schön. Wie gesagt, je länger wir leben, desto höher ist die Chance, dass wir das auch noch sehen. Mhm. Wenn du an die Theorie glaubst. Ja. Naja, sowieso kann es ja nicht weitergehen mit dem Universum. Das ist ja schon ein bisschen albern. Ja, das ist echt albern. Ich habe ja noch gelernt, dass Pluto ein Planet sei. Das ist ja auch albern. Ja. Zwergplanet halt. Oder der Hund von Wolf abstammt oder sowas. Der Daumen nachwächst, wenn er abbeißt in so einer Geschichte. Nur wenn du vorhin eine Eidechse gegessen hast. Du brauchst genug Eidechsen-DNA in deinem Magen. Ah, daran lag es. Aber jetzt können wir ja sagen, ja, okay. Jetzt kommt der lustige Part. Jetzt genau, jetzt kommt der lustige Part. Für alle, die noch wahr sind. Weil, die anderen sind ja jetzt, liegt der so ein bisschen weiter ferner. Wie gesagt, so 10, 15 Jahre haben wir ja noch. Ja. Ja. Aber der Big Slurp. Was heißt Slurp? Aufschlürfen. Hm. Der Big Slurp. Das heißt wahrscheinlich, irgendwo wird aus Versehen ein schwarzes Loch und der schlürft schneller als die Dach. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht ist das kein schwarzes Loch. Das hat was mit dem Higgs-Boson zu tun. Besonderheit. Genau. Was nachgewiesen wurde im CERN. Also in dem Partikelbeschleuniger. Man hat ja lange vermutet, dass es das geben muss, um elementaren Partikeln Masse zu geben. Entschuldigung, was muss es geben? Das Higgs-Boson. Was ist ein Higgs-Boson? Das ist so ein kleines Quantenteilchen. Man wusste, dass es das geben muss, weil ansonsten gewisse Prinzipien der Quantenphysik keinen Sinn ergeben. Und im CERN konnte man tatsächlich nachweisen. dass es das Higgs-Boson gibt. Das führt jetzt aber wieder zu einem anderen, zu einem kleinen anderen Problem. Ich bin wach, erzähl weiter. Nämlich, dass im Weltall herrscht ja allgemeines Vakuum. Und wenn es das Higgs-Boson wirklich gibt, dann ist das Vakuum wahrscheinlich instabil. Hat nichts mit Fotos hochladen zu tun. Nein, das heißt, wenn aus einem parallelen oder alternativen Universum eine Blase in unser Universum ihren Weg finden würde und die niedrigere Energie hätte als unser Universum, würde die unser Universum aufschlürfen. Ich habe jetzt vielleicht nicht alles ganz gegriffen. Also ist es da irgendwo so ein Blob, der uns wegschlürft. Also auch wieder so ein Stephen King-Film. Ja, aber das kann jeden Moment passieren. Nice. Da mussten sich die Asteroiden aber noch mal ein bisschen Zahn zulegen, dass sie uns erwischen. Ja. Okay. Ja. Genau. Ja. Also das ist so eine Theorie, das kann einen, das ist genauso wie jetzt mal auf kleinerer Ebene gedacht. Auf der Erde, der, wenn der Quasar uns trifft. Walter Quasar. Es gibt so ein... Der Schwarzfahrer seit 87 auf der R7. Es gibt so rotierende Sterne. Die schießen in beide Richtungen geballte Strahlung. Nice. Wie schaffen sie immer die Wände? Die Wände? Ach so, die schießen nur die Strahlen. Die bewegen sich sehr weit, rotieren. Die sind, als ob du eine leuchtende Kugel mit den Händen, mit der Faust greifst. Und oben und unten ist aber frei. Das ist ein Laserschwert. Ja, genau. Aber in beide Richtungen. Wie das Laserschwert von Darth Maul. Genau. Und das schwingt halt so ein bisschen rum. Ja. Und wenn uns das auch in ein paar Dutzend Lichtjahren trifft, dann ist es so, als ob man die Erde in eine Mikrowelle stecken würde. Alle Sonnenbrillen in ein paar Milliarden Jahren aufsetzen also. Nee, das würden wir gar nicht sehen. Das könnte jetzt schon irgendwo im Gange sein. Ach so. In unserer unmittelbaren Nähe. Aber das ist auch was. Das könnte auch jeden Moment passieren. Hast du gestern so eine Twilight-Staffel verschluckt aus Versehen? Verschluckt? Nee. Ich dachte, ich hätte... Wahrscheinlich habe ich zu viel von dem Kurzgesagt gesehen. Ja. Wird da eigentlich einbezogen, dass wir... Wie viel sind das zwei oder vier Prozent vom Universum erst gefasst haben? Und was war das? 96 Prozent sind unbekannte Materie oder so? Ja, es gibt ja auch. Also ich meine, es gibt auch Dinge, die können wir niemals sehen. Ja, ich meine, also das... Außerhalb... Ich könnte mir vorstellen, das sind dann Gründe, dass die ein oder andere jetzt vorgetragene Theorie sich in... Wird mich nicht wundern, in einem Jahr, in einem Monat oder sowas schon wieder leicht verändern könnte. Beziehungsweise wenn ich halt einfach in die Kürze der Zeit denke, wie die Theorien sich halt immer drehen. Aber trotzdem für den Moment, die von ganz vielen Rationalisten halt gegriffen wird, als das ist es. Und dann denke ich, wenn es dir dann besser geht, dann ist es das. Aber weiß ich nicht. Ich finde das so ein bisschen... Also es verändert mein Leben gar nicht. So, außer wenn ich mir kurz vor dem Moment so eine bizarre Angst machen möchte, die aber im nächsten Moment nicht greife, überhaupt nicht. Ich habe gestern rumgesappt und es ist eine sehr schwierige Parallel, die ich jetzt hier ziehe. Aber ich glaube, bei Stern oder Spiegel TV haben sie irgendwelche Häuser abgeklappert und haben gesagt, bei Ihnen zu Hause sind Milben im Bett. Dann haben sie gesagt, was, ich bin doch immer sauber. Dann haben sie die Betten abgesaugt und so ein komisches Mikroskopfilter gelegt. Und dann hat dann halt irgendwie so ein Wissenschaftler gesagt, ja, die sind da. Die sind aber nicht gefährlich. Die hat jeder. Schwierig wird so mit dem Kot, wenn er zu lange da liegt, kriegt er eventuell Allergien. Und dann haben manche immer so, oh mein Gott. Und dann irgendwer meinte, ja und? Hab ich, haben sie eben alle auf der Welt. Kann man sich nicht gegenschreiben? Ja genau, kann man sich nicht. Ja, gut. Und guckt einfach nur so mit dem Moment so, was wollen sie jetzt als Reaktion? Und ähnlich fühle ich mich, wenn du diese ganzen Todesmöglichkeiten vor mir auflegst. Ich denke, ja und? Betrifft jeden, wird keiner von uns mitkriegen. Fühlst du dich wie der Typ, der die Milben hat oder wie die Milben? Wie der Typ, der die Milben hat. Also wie jeder. Bloß derjenige, der dann halt nicht die gewünschte Fernsehreaktion bringt und nicht sagt, was, da muss man es doch dagegen machen. Und der sagt, ja, haben sie, haben sie gerade auf der Schulter, habe ich in meinem Auto, haben wir alle. Können wir nichts machen, ist nicht schlimm. Ja, nein, weiß man ja auch. Man kann ja nicht alles Milben frei halten. Ich meine aber, also diese Theorien, die sind ähnlich. Also ich meine, das ist natürlich, ich will ja nichts irgendwie, ich will ja es nicht veralbern und sonst was. Und da sind ja Wissenschaftler nicht grundlos dran. Also das hat ja nicht nur, also dieser Weg zu finden, also erstmal diese Einverständniserklärung der Wissenschaftler zu sagen, es ist eine Endlichkeit im Universum und dann, wie sieht diese Endlichkeit aus? Und das hat ja nicht zur Folge, dass halt Wissenschaftler halt einfach mit Fördergeldern zugeschmissen werden, weil das eine tolle Arbeit ist an sich, weil es sie interessiert, sondern das hat ja im Ursprung dann auch wieder damit zu tun, dass sie mehr über den Ursprung des Universums erfahren und dann halt auch im Kleinen unsere Position und bla bla und dann halt irgendwie dann halt auch hilfreich und neue Welten vielleicht entdecken und sonst was. Das ist ja so ein bisschen, hat ja damit zu tun. Sonst würden die ja keine Fördergelder kriegen, wenn man sagt, wir erstellen bizarre, erschreckende Theorien und ihr bezahlt uns Millionen jährlich dafür und alle sagen, wenn die meinen, dann gut. Also ich meine, so gerade Sachen wie der Big Slurp zum Beispiel sind ja zufällig entstanden, eben aus dieser Higgs-Boson-Forschung heraus, wo halt irgendwann gesagt, ja Moment mal, aber wenn es das gibt, dann könnten wir Probleme bekommen. Dann werden wir von einem Paralleluniversum aufgesaugt wie von einem Staubsauger. Aber wird dann, ich meine, also wenn man auf solchen Ebenen ist, ist man dann nicht auch irgendwie mal so auf so coolen Themen unterwegs, wie Zeitreise, Wurmlöcher, Hallöchen und sowas oder beziehungsweise hier das Universum in a nutshell von Hawkins, der dann, wie viele sind das, elf oder zwölf Dimensionen beschreibt und meint von wegen, ja wir haben halt dann vier greifbare, also Zeit ist dann halt die vierte und dann, das wäre dann halt alles und das andere ist dann erstmal nicht zu greifen, aber mathematisch, theoretisch sind diese anderen alle Bestand. Also dass man da halt dann irgendwie, siehst du mal, sind die Teil dessen, also greifen die ineinander, sind die darauf basierend, dass man sagt von wegen, naja, wenn dem so ist, dann ist dem so. Weiß ich nicht. Also mein Mathelehrer damals in der Oberstufe meinte immer, das Faszinierende finde, dass er halt nichts so greifbar machen kann, wie mit der Mathematik für sich, also das Ganze, alles, so. Und deswegen, und er meint, das hat natürlich auch, das fand ich ganz interessant, weil er sich dann beschrieben hat, er meint, das beschreibt ja auch immer eine bestimmte Art Mensch, derjenige, der das braucht. Also es ist halt, das ist ja auch, wenn man es ganz weit theoretisiert, ist es halt ein Punkt von irgendwo was Festes, eine Sicherheit. Ich orientiere mich, ich habe irgendwo Schubladen für mich im Leben, dass ich sage, das ist so, rein damit kann ich mit umgehen. Weil manche haben halt gar keine Schubladen oder der Inhalt ist halt einfach wie ein aufgeweichtes McFlurry oder sowas und das finden halt ganz viele schrecklich. Deswegen brauchen sie halt Theorien, die sagen, da haben sehr viele dran gerechnet und da ist was dran. Und somit habe ich dann irgendwo was abgehakt als Bestand, beständig oder das ist da. Als wenn man sagt von wegen, das haben wir jetzt aktuell, das ist in fünf Jahren, vielleicht in drei Jahren ist die angebröckelt, in fünf ist die weg. So, und das, ja, für manche ist es egal, für manche ist es, glaube ich, sehr entscheidend. Also ich finde es immer bizarr, weil es macht was mit mir und gleichzeitig muss dann meine rationale Seite wieder hochkommen und sich sagen, Aaron, aber jetzt mal wirklich, jetzt mal kurz mal die Augen wieder trocken gewischt, was verändert das denn da in deinem täglichen Leben? Ja, das Gute ist, da muss man sich nicht so sorgen, der Bitcoin-Kurs ist wieder gestürzt um zehn Prozent. Nee, eben doch. Also du kannst dich ja doch darum kümmern, weil der Rest wird ja vermutlich uns niemals berührt. Ja, ja, genau. Das meine ich halt so. Also man könnte das als Theorie rausholen, dass man sagt, ich denke mal kurz an was anderes, aber wenn dein Hauptbestandteil finanziell gesehen halt irgendwie im Bitcoin hängt, dann darfst du dir weiterhin darüber eher Sorgen machen, als dass irgendwas anderes passiert. Genauso wie die regelmäßigen allgemeinen Bedrohungen durch Asteroiden, Weltallschrott, Umweltkatastrophen auf Erd, ja, aber zieh doch mal Resümee aus jedem Jahr, das du noch lebst und was dich da bedroht hat. Und das sind dann meist bei uns hier in der westlichen Welt finanzielle Probleme oder mal ein komischer Pickel, der von Rot auf Schwarz sich ändert und dann mussten halt rausschaben oder so. Also ich meine, ich meine... Das ist schon ein sehr komischer Pickel. Ja, natürlich. Aber ich meine, womit Menschen sich manchmal halt oft auch aus Furcht beschäftigen. Aber das Gefährliche ist natürlich, wenn ich halt in irgendwelchen Theorien halt schabe, dann habe ich nicht irgendwann den greifbaren Punkt, der mich beruhigt, sondern ich habe eigentlich nur mehr Wissen, wie denn halt das Mögliche, wenn man es unheil sehen möchte, halt aussehen könnte. Aber es liegt auch wahrscheinlich daran, dass sowas wie Ende und sowas ganz viel halt Angst macht. Vielleicht ist dann halt auch, dass man, weiß nicht, wenn man halt so das Universum und was das vielleicht schon erlitten hat, als solches halt so annimmt. Genau. Also ich meine... Hm, eine Mail. Ich gucke, ob es die NASA ist. Genau. Also ich meine, es sind ja auch Abstände, die für uns als Planet, als Spezies eigentlich vollkommen belanglos sind. Weil die Sonne gibt es dann nicht mehr. Und nicht irgendwie knapp nicht mehr, sondern schon eine ganze Weile nicht mehr. Wie viel haben wir noch? Vier Milliarden Jahre, oder? Ungefähr, ja. Und wie lange gibt es uns? Wir sind gerade auf dem Zenit, ne? Wir sind gerade so auf dem Kipp, oder? Die Menschheit, oder? Ne, ich meine also Planet, Erde. Ja, ich glaube auch so vier Milliarden Jahre. Ja, genau. Aber der Planet, da gab es die Sonne ja schon. Also die Sonne ist schon... Aber auch das, ich meine, Lebenserwartung wird immer länger. Lass es fünf Milliarden Jahre sein. Da ist ja immer, da ist ja in einer großen Ebene des Universums immer noch nichts erreicht. Und das, was ich vorhin auch meinte, es gibt halt einfach, die Galaxien entfernen sich ja auch weiter voneinander. Und da gibt es einfach viel in dem Bereich, der... Was die nächste Alpha Centauri, ne? Ja, genau. Viel in dem Bereich... Wurde die schon, die wurde fotografiert, aber... Fotografiert, ja. Nicht irgendwie, wir haben da Robo 2000 und der hat gerade Sand eingeräumt oder sowas. Völlig außer Reichweite. Also das ist halt was... Ne, 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 der nächste Stern ist Proxima Centauri. Der nächste Stern. Hm. Und die... Ist die nächste Galaxie auch Alpha Centauri, oder? Aber ist da nicht Proxima Centauri? Also der hat doch hier auch ein eigenes... Nein, Proxima Centauri ist bei uns in der Galaxie. Aber ich meine, hat der ein eigenes System? Also ein Sonnensystem, meine ich. Also gibt es da irgendwas... Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist nur ein einsamer Stern. Aber der bewegt sich doch. Also wie alles. Ja, ja. Wir bewegen uns alle um das galaktische Zentrum. Das galaktische Zentrum. Das Zentrum der Milchstraße. Also da, wo die Sterne dichter beieinander sind. Wir sind ja so ein bisschen außen. Wir sind im Randbezirk der Milchstraße. Unten links sind wir, ne? Ja, oder weniger, ja. Also ich meine, du kannst natürlich drehen, wie du willst. Aber genau in diesem Stuhl... So hat es damals Herr Glenewinkel gezeigt. Und wenn der was gezeigt hat, dann mal er so. Ja. Nee, also wir sind so im Randbezirk. Was ist in der Mitte? Da hast du schon so ein fettes Mediamarkt-Ding aufgebaut. Aber ganz viele Sterne erstmal. Also ein sehr heller Mediamarkt. Ja. Stern sind wie Hüpfel. Ja. Und vielleicht auch ein paar Sehenswürdigkeiten so im Zentrum der Galaxie. Und du denkst so, ja, naja, ist halt im Zentrum der öffentliche Galaxienahverkehr. Auch viel besser organisiert. Naja, ich meine, also eigentlich schließt diese Frage natürlich ein, wenn es um diese Zeit geht. Und wir sagen von, das erleben wir immer nicht. Ist ja auch die Frage, ob wir es vielleicht doch irgendwie erleben. Weil da gibt es ja auch etliche Theorien. Alleine nur von der Tatsache, dass unsere Atome dann irgendwo noch rumschwören. Also da bräuchten wir auch Geduld, Sondergleichen. Ich meine, oder wenn man dann halt sagt von wegen, es gibt halt wie halt Hawkins mehrere Dimensionen oder so viele Dimensionen oder mehr als die Hälfte, die wir gar nicht solches jetzt wahrnehmen. Ob man dann halt mit Tod in eine andere Dimension, die dann halt weniger mit Bewusstsein zu tun hat oder vielleicht doch, keine Ahnung. Aber ob man dann vielleicht doch nicht das eine oder andere, was du vorhin beschrieben hast, doch irgendwie mitbekommt oder als Milliardsteil, Teil dessen ist, dass da irgendwas passiert. Also jetzt mal so durchdacht. Wenn wir jetzt mal ganz klassisch so vom Leben nach dem Tod und dem Himmelreich, also ganz klassisch religiös davon ausgehen, dass das auch da in Echtzeit ablaufen würde, das würde ja noch ewig dauern. Achso, du meinst, oben wäre gleiche Zeit. Ja, da gibt es ja aber auch Theorien, dass die Zeit oben anders ist als oben. Ja, müsste es ja. Das ist ja ansonsten nicht auszuhalten. Oder du hast da oben so ein richtiges Halmer Wettmeisterschaft beziehungsweise Himmelmeisterschaft und die dauert mal richtig lange. Mit Blockaden bauen, hast du nicht gesehen. Da haben sie noch so einen Papierblock angefangen, auf dem die Turnierkonstellationen aufgezeichnet sind. Da musst du dann auch erstmal durch. Es gibt ja, wie heißt das, Irvine, Irwin oder sowas, es gibt von so einem, ich glaube, schottischen Schriftsteller, übersetzt das ist Gott sei Dank. Und da ist es irgendwie, dass Jesus wieder auf die Erde zurück muss. Natürlich schon ein bisschen dunkler Humor, also britischer Humor. Und da ist halt Jesus im Himmel und die Zeit geht gerade anders. Und Gott ist, ich glaube, seit Beginn Cäsars oder noch vorher, also der war kurz golfen. Aber die Zeit oben und unten ist halt komplett anders. Er kommt wieder und hat halt irgendwie mehrere hundert Jahre halt einfach vergolft und muss dann von Petrus und Co. sich erstmal über so erklären lassen, was denn da passiert ist. Ich nehme auch an, Gott ist ein guter Golfer. Also der hat den Platz wahrscheinlich mit, ich sag mal, 20 Schlägen gespielt. Wer weiß, wer weiß, ja. Auf jeden Fall regt er sich halt total auf, was halt denn überhaupt Religion dann passiert ist. Und regt sich voll übers Christentum auf, weil er meinte von wegen, er hätte halt, er hätte auf dem Berg Sinai, er hätte halt einfach nur gesagt, Freunde, habt euch lieb, that's it. Sowas. Und dann hat dann halt, wer ist nochmal mit den zehn Geboten runter? Moses hat dann gedacht, Kollege, das mache ich anders. Und hat dann schön in feiner Arbeit sich da was zurechtgeschnitzt und dann ist runter, meinte, hier, ich habe Regelwerk. Scheiße, habe ich nie gemacht, habe ich nie gesagt. Und stellt dann halt da alles in Frage und dann schickt er halt seinen Sohn, der gerade mit John Lenn halt im Garten sitzt und halt irgendwie raucht oder so. Meinte von wegen, hier, du musst nochmal runter. Och nee, ich bin gerade, für ihn ist es halt auch gerade. Ich bin gerade eben wieder hoch. Unten war echt nicht geil. Und dann meinte, nee, ey komm, das musst du jetzt echt richten. Und da habe ich so, also um daran zu knüpfen, war es dann halt einfach eine andere Zeitrechnung. Das ist halt einfach für einen Augenblick. Ich meine, es ist eh die Entstehung, also seitdem, das ist ja halt auch mal die ganze Zeitfrage, da gibt es ja halt auch dieses, zu verdeutlichen, dieses Kalenderblatt von einem Jahr. Und die Menschheit, die bestehende Menschheit ist quasi fünf vor oder eine Minute vor Jahreswechsels 31. Dezember. Und der Rest des Jahres ist halt schon passiert ohne uns. Um nur mal halt so einen groben... Ja, und das ist nur die Erde. Genau, genau. Und das ist nur die Erde, ja. Und wenn man jetzt dann halt auch irgendwie zurückgeht, das Universum, also die ganzen einzelnen Planeten, die halt entstanden sind, oder beziehungsweise unser Sonnensystem oder sowas. Wie alt ist eigentlich die Sonne? Haben wir da schon... Haben wir da schon... Kann ich dir auch nicht sagen. Also in deinem Game wollen wir mal nachschauen. Wie alt ist denn eigentlich die Sonne? Doktor Nintendo fragen. Wollen wir mal fragen, ist sie schon legal? Nice. Sonne. Die Sonnenflecken sind doch so groß. Sonne, Alter, jetzt gehen wir auf die Google-Ergebnisse gespannt. Die Sonnenflecken sind doch schon... Ja, 4,603 Milliarden Jahre. Das erscheint mir ein bisschen sehr präzise angegeben. Ist die Sonne alt? Ja. Ist gar nicht so viel. Wie alt ist denn die Erde? Ist gar nicht so viel älter als die Erde. Die Erde ist 4,54 Milliarden Jahre. Wir sind noch 200 Millionen Jahre Unterschied? Ja. What? Wir könnten uns daten. Also ist das legal. Ja. Der Mond ist 4,53 Milliarden Jahre. Ist denn der Planet, der am weitesten weg ist bei uns im System, auch der jüngste? Warte mal. Also die Andromeda-Galaxie ist die uns nächste. Nein, ich meine unser kleinster Planet ist auch der jüngste und ist der, der am weitesten weg ist. Warte mal, das schaue ich gleich mal nach. Also ganz kurz mal, ich bin noch bei den anderen. Das Sonnensystem 4,571 Milliarden Jahre. Unser Sonnensystem. Genau. Und die Milchstraße, also unsere Galaxie, 13,51 Milliarden Jahre. Auch nicht so alt, oder? Also Merkur ist auch, Merkur ist genauso alt wie Jupiter. Also das, die Größe eines Planeten sagt nichts über das Alter aus. Kommt auf die Technik an. Schwänze. Das ist alles auf der Basis von der Big Bang Theory, oder wie ist das? Ich glaube, bei der Sonne und bei Sternen wird der Energieausstoß und sowas wie die Helligkeit, beziehungsweise die, gemessen ob die eher weiß oder eher rot oder eher blau sind. Also sie sagen quasi so ein bisschen wie so ein Uranstab, dass sie immer sagen, die Sonne hat eine Halbwertzeit. Ja, genau. Also wegen der Fusion, die im Inneren stattfindet. Okay. So bei der Sonne, wie sie es bei den Planeten machen, da bin ich mir nicht sicher. Naja, aber ja, wir könnten die Sonne daten. Die Sonne hält noch. Die Sonne hat jetzt so ein bisschen, ist jetzt in einer Midlife-Crisis. Dann so ungefähr. Die Sonne ist ein Stern, die Sonne ist ein Gasball. Genau. Und alles andere Planeten. Warum sind denn die Planeten in unserem Sonnensystem nicht der Größe nach geordnet, wenn es eigentlich darum geht, von wegen, dass die größte Masse halt alles andere bedingt in der Umlaufbahn, warum ist jetzt nicht, keine Ahnung, müsste es dann nicht so sein, dass das Kleinst am dichtesten dran ist? Weil es am leichtesten angezogen wird von einer großen Masse? Achso, nee. Nein, wir sind hier, ich glaube, die Planeten werden auch alle langsamer und entfernen sich alle weiter von der Sonne. Ja, ich meine, aber die Reihenfolge der Planeten, die ist ja vom Volumen her unterschiedlich. Ich glaube, das kommt einfach darauf an, wie viel Müll die auf dem Weg aufgesammelt haben. Und wie dicht die Planeten sind. Also Jupiter und Saturn sind zum Beispiel Gasplaneten. Die sind nicht so dicht. Saturn, glaube ich. Die Planeten, das klingt ja schon fast wie ein Stern. Aber die haben nicht genug Masse, um Fusion zu erzeugen. Okay. Also da verbräuchten sie viel mehr Masse. Aber Saturn könntest du zum Beispiel in die Badewanne legen, würde oben schwimmen. Einfach mal zu Hause ausprobieren. Ja gut, der hat ja auch ein Rettungsring. Wenn er das nächste Mal badet. Ja, wie ist denn das überhaupt passiert? Ah, ist ja egal. Der Ring? Ja, genau. Ich glaube, das ist ein Mond, der auseinandergerissen, oder mehrere Monden, die auseinandergerissen wurden. Also der eine hat den anderen geknallt. Ja, irgendwie sowas. Aber ich meine, es ist ja eh generell, dass die einzelnen Umlaufbahnen ja nicht konstant sind. Also ich meine, sie verändern sich ja mal minimalst, werden halt aber als solches erstmal so angenommen, dass die halt Reihenfolge und sowas auch passt. Aber ich weiß nicht, ob das in der Schule oder ich irgendwo anders, aber dass es ja auch Theorien gibt, dass es halt dann nach x Umlaufbahnen möglich sein könnte, dass der eine oder andere Planet mal so, oder sich streifen oder sowas. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also bedingt durch andere Auswirkungen. Also ich meine, das heißt, wenn wir sagen, es müsste halt eine unheimlich große Kollision auf einen passieren, dass der kurz aus seiner Umlaufbahn rauskommt, um den anderen zu berühren. Aber ich weiß halt natürlich nicht, wie viele Kraft da braucht. Also ich glaube, dafür ist der Abstand relativ, also das erscheint mir relativ unwahrscheinlich, weil der Abstand zwischen den Planeten jetzt schon auch noch groß ist. Ja. Also da müsste, glaube ich, schon einiges passieren, dass zwei Planeten sich so annähern, dass dazu irgendwas kommt. Und ich glaube ansonsten, was im Fall von so kleineren Planeten auch, glaube ich, durchaus passieren könnte, dass sie einfach zum Mond dann degradiert werden und in der Umlaufbahn von einem Planeten hängenbleiben. Zum Pluto vielleicht. Wie es unserem Mond passiert ist, genau. Ja. Es gibt ja auch so Doppelplanetensysteme, wo die Planeten dann umeinander kreisen und nochmal einen inneren Schwerpunkt haben. Also der Mondrat auf Kommission hat sich an uns zerrissen, ne? Ja, ja, ja. Genau. Ja, genau. Ich glaube, so ist es zu dem Saturnring gekommen. Der hat einfach langsam von dem Mond immer mehr Bröckchen rausgerissen. Ah, okay. Also der hat den Mond als solches begonnen anzuziehen, aber dann halt nicht als Ganzes, sondern Schicht für Schicht. Und die Schichten waren halt nicht so fest an dem Mond dran, dass sie... Ja, genau. Ich meine, wenn unser Mond weniger Masse und weniger Anziehungskraft hätte, würden wir dem ja auch immer so die Partikel von der Haut ziehen. Ob das Sylvester Stallone als... Nee, Quatsch. Ob das Jean-Claude Van Damme als Time Cop nochmal regeln könnte. Er behauptet ja bis heute, das ist der beste Zeitreisefilm aller Zeiten. Und ich denke, hä? Weißt schon, dass es so einen einzigen gibt, über den alle reden. Und dass du das auch mal thematisiert hast in deinem, ist halt vielleicht für Fans oder Nerds oder solche Freaks. Ich glaube, da gibt es zwei Zeitreisefilme, die... Achso, du meinst die Zeitreisefilm oder was? Nee, Terminator oder Terminator 2 würde ich jetzt auch noch mit reinzählen. Ja, ich meine aber, wenn ich... Oder meinst du jetzt wirklich mit Fokus auf Zeitreise? Ja, also ich glaube, wenn jemand sagt, hier Zeitreisefilm, dass dann halt alle zurück in die Zukunft erstmal rausschreien. Weil dann könntest du halt dann auch irgendwie hier, was ist das, die Zeitmaschine oder sowas mit den Ewoks und Gemolmovs oder wie die heißen. Diese komischen weißen Teile mit den schwarzen. Also das Original. Ich habe das Remake, habe ich es nicht gesehen, aber Original, weiß ich, habe ich damals als Kind gesehen. Und ich fand es super gruselig. Und die Tiere, also wie es halt umgesetzt wurde, fand ich halt auch total gut. Wie er da einfach nur in seiner, was ist das, in seiner... Das Ding mit dem Regenschirm oben drauf und ein bisschen in die Pedale treten, wo man denkt so, ja, das kann ich in meiner Garage bauen. Und dann kann ich die Morlocks, glaube ich. Ja, genau. Ja, das war... Aber ich meine, da gibt es halt etliche Filme, die es so ein bisschen thematisieren. Aber ich glaube, der halt einfach so hängen bleibt, Zeitreise ist halt zurück in die Zukunft. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich da groß was ändern wird. Also wie gesagt, selbst wenn du halt kolant irgendwie, dann, was würde ich halt machen, Terminator und Terminator 2 mit reinzählen. Und jetzt auch neuer Contender für einen guten Film mit Zeitreise, Deadpool 2. Aber 3 ist doch auch. Ist wirklich gut. Ja, ja, also ich weiß nicht, ob ein Terminator 3 oder 4 oder 5 da noch unbedingt als gute Filme werten sollte. Nee, gut nicht. Also Time Cop ist ja auch nicht gut. Ich würde wahrscheinlich sagen, Terminator 3 ist immer noch besser und besser anzuschauen als Time Cop. Was? Terminator 3 ist besser... Anzuschauen als Time Cop. Och. Also wenn du mich jetzt vor die Wahl stellen würdest, ob ich mir Time Cop oder Terminator 3 ansehen müsste... Ich glaube, Time Cop habe ich mir irgendwie vor ein paar Wochen auf Tele 5 reingezogen oder so. Da hat er so eine geile Kickermatte. Ja. Wie man das trägt in der Zukunft. Und im Vergleich zu... Ich weiß ja nicht, ob sich da halt irgendwie so ein allgemeines Filmregelwerk irgendwie geschaffen wurde. Aber im Vergleich zu Zurück in die Zukunft haben die andere Regeln. Und zwar da geht es darum, dass ein und dieselbe Person nicht durch die Zeit im selben Raum sein kann. Beziehungsweise schon im Raum, aber die haben keine Möglichkeit, sich zu berühren, weil dann heben sie sich einander auf. Das heißt ja auch Raum, Zeit, Kontinuität. Und so bringt er ja den Bösewicht, Spoiler Alert, zum Fall, indem er halt den jungen Bösewicht in den Alten schubst. Und die wabern zusammen wie so ein altes Dali-Bild und sind da nur so ein Haufen Mett. Und dann war es das. Es ist auch schön, dass das Time Cop intellektuelle Lösungen für Zeitraum paradoxieren. Hast du eine bessere? Nee, weiß ich auch nicht. Den Raum vielleicht immer kleiner machen. Mit so flexiblen Wänden. Man müsste Jean-Claude von Damien nicht in sich reinschubsen. Gibt es eigentlich irgendwie so ein schwarzes Loch-Filmchen, der das halt thematisiert? Na, Interstellar einigermaßen. Interstellar ist echt... Ich habe den noch gesehen. Da liegt auch am Ende Matthew McConaughey in ein schwarzes Loch. Echt? Ja. Ich habe den gesehen. Das ist auch immer das, wo er dann seiner Tochter Mausezeichen schickt. Kennst du das, wenn du so einen Titel hast und sagst, oh, der war gut und jemand fragt, worum geht es? Und du sagst, ich habe keine Ahnung. Ja, aber der war gut. Der muss sich doch entscheiden, entweder Menschheit oder seine Kinder oder sowas, ne? Ja, mehr oder weniger, ja. Aber hat sich für sie Kinder entschieden, ne? Ne, er hat sich für die Menschheit entschieden. Okay. Und er bereut es gerade. Ne, er bereut es dann. Also er ist Pilot und einer der letzten Astronauten, die diese Sonde noch fliegen können. Alle anderen sind getrunken. Ne, alle anderen wurden... Die Menschheit hat sich... Kann man sich jetzt schwer vorstellen mit Trump als Präsident, aber die Menschheit hat sich von der Wissenschaft abgewandt. Nachdem der ganze Planet in so einer Erntekatastrophe versinkt und es keine Nahrung mehr gibt. Sind die doof, die Kreationisten haben doch die Arche gebaut. Ja, eben. 100 Millionen Dollar. Aber das haben sie dann, das denkt die Menschheit dann auch. Na ja, komm, wir sitzen das jetzt aus, bis Gott wieder da ist. Alle nach Kentucky. Genau, und die streichen dann auch wissenschaftliche Kapitel rigoros aus den Büchern. Astronauten hat es nie gegeben, das wird dann als Fake News abgetan. Astrowehr. Genau, und er wird dann halt einberufen und soll diese Mission leiten. Und seine Tochter will verständlicherweise, dass er bei ihr bleibt. Ach, das alte... Und er lässt dann seine Tochter zurück. Und reist aber in diesem schwarzen Loch quasi zurück durch die Zeit und gibt ihr anhand von so Magnetstrahlung die Lösung für die Gleichung, wie die Menschheit in dieses andere Sonnensystem reisen kann. Ah, ah. Und er wird dann von ihr gefunden, sie ist aber eine alte Frau. Und er sieht, wie sie stirbt. Ah. Ähm, äh, wie heißt nochmal dieser komische Asteroiden-Film mit... Armageddon? Genau. Das hat mich ein bisschen erinnert daran. Da habe ich neulich auch wieder was drüber gehört, was, äh, da geht es ja immer darum, A, dass der Asteroid halt viel zu groß wäre, um ihn mit einer Atombombe in zwei Stücke zu sprengen. La 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 la. Und B, das wäre das Schlimmste, was man machen könnte, ein Asteroiden mit einer Atombombe sprengen, um aus einem großen Problem 500 kleine Probleme zu machen. Ja, aber die sind alle verstrahlt, die Probleme. Ja, aber das Gute ist, also, das ist so, als ob jemand, äh, dir einen Revolver auf den Arm drückt und dir einmal durch den Arm schießen möchte. Und du sagst mir, nee, nee, schieß mir lieber mit einer Schrotflinte ins Gesicht. Ja, dann ist der Arm nämlich heile. Genau. Du doof Mann. Und natürlich auch, das ist natürlich ganz toll, die Prämisse von Armageddon ist das einfache, Bohrer von so einer Bohrplattform zu Astronauten auszubilden als umgekehrt. Ja, und es ist doch auch irgendwie, dass diese ganzen Theoriten, äh, Theoriten, Theorien-Spinner, die ganzen Wissenschaftler sind alles irgendwie Muschis und nur die Männer, die an der Bohrinsel arbeiten, die können die Menschheit nämlich mit schönen Waffengewalt... Mit Testosteron. Ja, so ein Mad-Dog-Prinzip. Ja. Wir reden nicht, wir schießen und dann fegen wir zusammen. Ja, aber das muss man dem Film zugutehalten, das ist immer noch besser als Deep Impact, der im gleichen Jahr rauskam. Stimmt, und Deep Impact habe ich auch gesehen, aber Deep Impact ist halt eher so... Ja, der hatte keinen Impact. Der spielt halt, der hat halt einfach ganz viele komische, weiß nicht, Familientragödien und zum Schluss sind halt alle draufgegangen und das war so, ja, das war mehr so ein Angstding, was halt bis zum Schluss nicht aufgelöst wurde, sondern stehen sie halt am Wasser und dann kommen halt diese Monsterwälder und dann war es das. Ja, aber auch irgendwie kein, also Armageddon ist halt einfach so ein Michael Bay-Action-Spektakel. Ja, man geht da so befriedigt raus. Genau. Und Deep Impact ist, finde ich, befriedigt raus, sondern du gehst mit so einem Stift in der Hose nach draußen. Ja, also die Filter, also das hat Armageddon dann vielleicht dann doch richtig gemacht, das eher locker zu sehen, das Ende der Welt. Ja, aber ich meine, das Ende der Welt wurde ja zum Glück noch nicht so oft in irgendwelchen Filmen thematisiert. Ja. Ja, das habe ich, ja, das habe ich, also irgendwann hatte ich mal die fünfte Welle gesehen auf Netflix. Das ist diese fünfte Welle, das ist die nach vier und vor sechs. Genau, der, wo Jennifer Juni wohnt, die das Ende der Welt herbeispürt. Das ist so ein außerirdischer Invasionsfilm. Davon gibt es auch nicht so viele. Ja, der, aber, also die Grundprämisse ist schön, aber das Genre ist völlig falsch gewählt. Also es ist dann so eine Teenie-Romanze. Aber es entscheidet sich so mittendrin, eine Teenie-Romanze zu werden. Das ist so ein bisschen, hm. Es gab mal so eine Doku auf NTV oder N24, lief die hier. Alles über Panzer und Hitler. Teil zwei, The Future. Und da ging es halt darum, also wie, weil, wie theoretisch eine Alien-Invasion ablaufen würde. Und das organisiert sich daran. Wie theoretisch? Nein, naja, also ich meine, was wollen die Aliens? Ich meine, wie könntest du effizient die Menschheit ausrotten? Warum sollten wir das machen? Wenn du den Planeten noch haben möchtest. Wieso denn überhaupt? Vielleicht dann einfach nochmal Hallo sagen, merken, das finden wir doof, das finden wir gut, wir reisen weiter. Aber es geht ja nicht darum, dass sie Hallo sagen, sondern was passiert, wenn sie, gehen wir mal ganz verrückt von der These aus, dass ein höher entwickeltes Volk, nennen wir sie die Spanier, nach Südamerika fährt. Und da gibt es aber Leute, die wohnen da und haben da ihre Hütten aufgebaut. Und die Spanier sehen aber glänzendes Gold. Dann weißt du aber, das sieht für das indigene Volk mit ihren Hütten schlecht aus. Das ist so ein bisschen Amerika und wo die Öl riechen, ne? Wir helfen euch, indem wir alles Todbomben unter Pumpen abbauen. Das auf galaktischer Ebene. Und da geht es ja darum, wie machst du es einfach? Willst du den Planeten behalten? Okay, schmeißt halt erstmal ein paar Asteroiden, die du auf dem Weg mitgenommen hast, auf die Erde rauf. Die haben die mitgenommen? Ja, naja. Wenn du schon unterwegs bist im Weltraum, so, ah, guck mal, ich will noch Stein, nehme ich mit. Wer weiß, wo man den nochmal gebrauchen kann? Dann zack, rauf auf die Erde. Genau. Dann Seuchen und den Rest kannst du erstmal aussitzen. Da ist schon viel getan. Ja, aber es ist ja auch die Frage, wie viel Zeit hast du als Alien-Inversions- Ja, naja, genau. Also ich meine, wenn die Zeit haben... Was hat dein Chef gesagt? Bis wann muss das abgeliefert sein? Wenn du Zeit hast, dann kannst du, glaube ich, halt, ja, irgendwie... Skinner! ...Dinge machen, die es für sich alleine. Wenn du halt keine Zeit hast, dann musst du selber ran, glaube ich. Aber auch dann musst du halt nicht unbedingt... Weißt du, du bist ja dann in einer komfortablen Lage, wenn du erstmal im Orbit schwebst. Da kannst du auch notfalls einfach mal deinen Kot nach unten werfen oder einfach mal mit der Laserkanone von oben rauf halten. Da sieht es halt, da sehen die Menschen schlecht aus. Wenn er nicht vorher verglüht, ja. Ja. Dann musst du halt warten, bis der Kot wieder zu einer... Wie in einer Wiener Flugzeugkabine wird ja auch immer... Wie in einer Wiener Flugzeugkabine. Er ist dann der Kot abgeworfen. Wie ein Sackerl. Ich kenne da was drauf. Wir nähern uns der Stundenmarke. Wir können mal auf einer positiven Note enden. Und das ist... Der... Habe ich den Namen wieder vergessen? Der Big Bounce. Der Big Bounce wäre dann quasi das Ende des Universums. Wie in einer riesen Hüpfburg. Ja, also vom Big Bang in den Big Crunch. Und dann wieder in den Big Bang und wieder in den Big Crunch. Wieder in den Big Bang und wieder in den Big Crunch. Klingt auch wie so ein Fitnessprogramm. Das Universum flappt dann immer so hin und her zwischen ganz dicht und unserem Normalzustand. Klingt wie ein Seemann. Ja, irgendwie so ein Akkordeon. Ja. Das ist doch schön. Weiß man, Mensch, mit unserem Atom... Also endlos geht das oder was? Ja, ja. Weiß man, mit unserem Atom passiert da was Schönes. In ein paar hundert Trilliarden, ja. Wenn es da nicht schlecht wird? Was ist denn so eine... Was ist denn der finale Zustand, bevor es wieder auseinander geht, wenn es ganz, 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 ganz dicht zusammengedrängt ist? Also was sind da Vor- und Nachteile? Ja, ich meine, der Nachteil ist natürlich so wie im Bus zur Rush Hour. Es hat extrem gedrängt. Also Vorteil meins ist, es ist warm. Ja. Und die Wege, die Laufwege sind kürzer. Also wenn du jetzt sagst, ich muss nochmal einkaufen, aber der Lidl ist quasi auf molekularer Ebene schon an dir dran. Ja, das ist klar. Du musst doch gar nicht mehr einkaufen. Und dein Magen ist auch nicht leer, weil das Gemüseregal bei dir am Magen steht. Und bei einer Expansion ist es so ein bisschen wie der Jevermann am Strand. Du hast keinen Stress. Alles ist schön weit weg. Bloß hier wird ein bisschen kälter sein. Ja. Okay. Und das wechselt sich immer so ab, so wie die Jahreszeiten quasi. Also für alle Ballermann-Touristen ist der Crunch das geilere. Und für alle, ich weiß nicht, ich sag mal Schweden-Wandertouristen ist dann halt der... Die folgende Expansion nach dem erneuten Big Bang. Ja. Also eigentlich für jeden was dabei. Ja. Wie gesagt, das ist ein bisschen wie die Jahreszeit. Und für alle, die sagen, ich brauche beides, ist es ja ein ewiger Wechselspiel. Die werden ja beides erleben. Ja, man muss einfach nur ein paar hundert Milliarden Jahre leben. Genau. Dann? Das ist so wie die Schlange, wo du denkst von wegen hier, links geht es schneller. Gib dir mal hundert Milliarden Jahre, dann ist deine auch durch. Und dann spielt es auch keine Rolle mehr, weil du quasi im Tresen stehst. Genau. Dann würde dich auch keiner mehr nach Punkten fragen, weil du dann wahrscheinlich auch der Punkt bist. Ja. Das ist aber auch wieder so ein Thema. Kennst du das, wenn man halt irgendwie im Suff solche Themen anfängt? Und plötzlich das Gefühl hat, der andere und man selber entwickeln die besten Theorien, wo die Menschheit noch nie drauf willkommen ist. Und sagt, Alter, Alter, lass das aufschreiben. Lass das aufschreiben. Ja. Also man muss sich da gar nicht so Sorgen machen. Das ist ein gutes Fazit. Früher oder später wird alles gut. Ja. Das stimmt. Es ist so wie, es gibt diese Simpsons Folge, wo Chief Wiggum mit der Krawatte in den Toaster gerät. Also einer von diesen Toastern, die sich so drehen. What? Kennst du nicht diese Toaster? Das klingt wie ein kleiner Heimgrill, wo Hähnchen drauf spießt. Ja, die sind wie ein Toasterofen. Und die haben so ein Riesenrad drin. Ja, aber ist das nicht normalerweise Brot unten fahren? Du kannst auch Hähnchen drauflegen. Also man kann das Brot drauflegen. Ich kann auch süß und herzhaft mixen, oder? Chief Wiggum gerät mit der Krawatte da rein. Das zieht ihn langsam in den Ofen. Und er kommentiert das nur mit den Worten, das wird jetzt erstmal schlimmer, bevor es wieder besser wird. Ja, ich meine, am Ende ist alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Ja. Schaut auf den Bitcoin-Kurs. Wahrscheinlich ist es genau das. Wahrscheinlich sind wir doch am Ende angelangt. Meinst du, da wird sich nochmal irgendwie... Du meinst, das Universum stützt sich dann doch auf die Blockchain-Technologie? Weil im Moment ist es ja beim Bitcoin ein bisschen so Expansion-Crunch. Expansion-Crunch. Ist das jetzt... Ich kann mal ganz kurz gucken, wenn wir bei 100.000 sind. Es wird auch mega lustig, wenn in zwei Jahren Leute das hören und wir wirklich bei 100.000 sind. Dumm wäre es, wenn ich dann meinen echt Geduld verloren habe und mit minus 200 verkauft habe. Ich glaube, minus 200 ist ein bisschen optimistisch. Nein, wir sind bei kühlen 6.345. Also sind wir jetzt bei der Expansion. Aber ist es das... Aber der Ether ist bei 490. Aber ist es das Maximale oder expandiert er immer noch? Das ist die Frage. Darüber streitet die Wissenschaft. Die Blockchain-Technologie ist nicht so ganz... Also nicht so leicht zu durchschauen wie... Wenn man wenigstens wüsste, dass es passiert und wo der Wendepunkt ist. So wie wir Ende letzten Jahres gedacht haben, da geht noch was. Bei 16.000 dachten wir, da geht noch was. Ging halt nicht mehr. Oder 17.000. Bist du wieder 100.000. Ich meine, du kannst das ja auch timen. Ich sage mal jetzt, du bist Diskuswerfer. Der muss aber stark sein. Außerdem heißt es heutzutage Club. Schön, dass er so 36 geworfen. Sagen wir Hammerwerfer. Oh, da musst du auch stark sein. Diese Kriegs-Jeeps. Aber dann kann ich... Sagt er einfach, du bist Golfwerfer. Du bist Golfwerfer. Der neue Golf-GDI oder wie er heißt. Ja, das ist gut. Er fährt auch in drei Milliarden Jahren noch mit diese... Mann, Jahren, Jahren. Dich im Sportpark. Aber wenn du dann genau in dem Moment wirfst, in dem das Universum sich wieder zusammenzieht. Was wirf ich? Du wirfst genau in dem Moment, in dem das Universum sich wieder zusammenzieht. Dann wirfst du viel weiter, weil die Markierungen dir entgegenkommen. Aber ich meine, okay. Sonst hätte ich gedacht, das käme mir entgegen. Weil da ist ja auch kein... Wenn das Universum da endet und ich... Nee, du bist nicht am Ende. Du bist schon auf deinem Diskusfeld. Aber so in dem Moment... Aber es kann sich ja so crunchen, dass ich eigentlich werfe mit voller Wucht und der Ball ist vor mir in der Luft. Und ich denke, was machst du denn da? Und der sagt, ja, ich bin hier beim Crunch-Prozess gerade dabei. Ich kann doch nicht wegfliegen. Ist ja nichts mehr. Du denkst, oh, was ein Stress, ey. Und ich habe mir schön die Rotatorenmanschetten wieder gezwirbelt. Das sind die Fragen, denen ein Diskuswerfer sich jeden Tag stellen muss. Gut. Aber bevor das Universum endet, wollt ihr vielleicht noch Fünisse abonnieren. Und zwar? Ja, bei dem Kanal Fünisse mit Dirk und Klaus. Und zwar bei YouTube. Da könnt ihr auch eure Fragen als Kommentare unterschreiben oder Bilder von euren Ohren stellen. Kann man Fotos als Kommentare... Sei froh. Okay. Eine andere Plattform, an die du denkst. Knuddel.de. Ja. Gibt es das noch? Für alle Fernfahrer da draußen? Ich glaube, das gibt es noch. Cool. Oder Fünisse mit Dirk und Klaus auf iTunes oder Podcast Addict oder wo wir sonst noch so ungewollt rumhängen. Oder gewollt. Natürlich gebt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung und schreibt, dass es euch gefällt oder so. Genau. Könnt auch Liebesbriefe an fünisse.gmail.com schicken. Genau. Oder geht auf fünissepod.com. Oder ihr schreibt ein Ad für Nüssepod auf Twitter. Könnt ihr auch Fragen stellen. Wir freuen uns immer über Fragen. An Dr. Pod. Krass. Ich glaube, die gibt es sicherlich, Dr. Podcast. Das ist bestimmt so ein Marketing-Experte, der Podcasts aber hilft, ihre Reichweite zu vergrößern. Wählen Sie 555 Podcast. Benutze ich eigentlich immer diesen Pop-Schutz? Sprich von benutze. Also reinsprechen. Ja, das ist immer deiner. Riecht so komisch. Soll es auch nicht dran lecken. Der riecht so komisch. Soll es sich dran lecken. Ah. Ja. Ja, Nüsstchen. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Es ist ja wie am Montag. Das war ein Theorieanstoß sondergleichen. Das ist das Ende der Folge. Das kann die Wissenschaft mit Sicherheit sagen. Oder kommen wir zurück. Oder gehen wir wieder weg. Oder kommen wir zurück. Gehen wir wieder weg. Oder kommen wir zurück. Gehen wir wieder weg. Und kommen wir zurück. Kommen zurück.